Sonst nicht wirklich was. Ah, das bringt mich hier rüber, okay. Gut, und das öffnet hier. Das müsste aber gleich von selber wieder zugehen, hm? Äh, da ist noch was. Ja, erst mal dich loswerden. Und dann schauen wir mal. Okay, Quicksafe hat gefunst. Also erst mal ist natürlich... Oh, hier auf der Seite ist wieder zugegangen. Hm. Noch ein Secret übrigens. Okay. Okay. Elixir of Life. Okay. Weiß auch, ob er das bringen soll. Cool. War jetzt ein bisschen verschwendet, aber... Auch gut. Da gibt's auch noch so einen geheimen Gang. Sollen wir uns auch auf jeden Fall ansehen. Ist hier eigentlich auch jetzt wieder zugegangen? Nö, hier geht nicht zu. Nur da eine ist getimed, okay. Panakea. Okay, das war dieses Kur-Ding. Ja, und ich kann sie wieder ein bisschen verarschen. Jo. Also ganz ehrlich, nachdem... Nach der Underworld. Oh, das ist nicht gut. Du musst... schnell sterben. So. Die ich wieder einfrieren. Also nach der Underworld-Sache... Und nach dem... Herumirren in den Horus-Mien... Und dem nicht mehr blicken, was zu tun ist. Bin ich erstens froh, dass wir auf dem Boss... Jetzt endlich den Boss falsch machen. Und dass... Der so angenehm ist, in Anführungszeichen. So, jetzt fehlen nur noch... Die Zwischengänge hier. Aufzudecken. Und das war's dann. Oh, hier drüben sind wir noch nicht ganz fertig mit Aufdecken. Und... Da ist noch ein Teleporter übrigens. Eine Restoration-Potion. Der Rest ist nicht so wichtig. So, da würde ich sagen... Noch einmal Quick-Safe... Und dann drücken wir den Doom-Knopf. Oh, das hat nicht ganz gereicht... Weil hier noch nicht... Immer noch... Zu ist, oder? Oh, das muss ich zerhauen? Nö, das kann ich einfach nur hauen. Okay. Hier ist aber noch offen, gell? Ja, da ist offen. Muss ich den Drachen was in den Mund stopfen? Feuer steuert vielleicht. Okay, ich verfolge mal das Feuerwerk. Oh, jetzt ist schon wieder zu. Moment mal, warum ist hier zu? Jetzt ist offen. Hä, sobald ich Fall... Gehe, geht's auch wieder zu, oder wie? Bleibst du jetzt offen? Nein. Hä? Hä? Weiter ist auf der Seite, bleibt offen. Ein gegen. twitter. Oder wie, ich hoffe, Leute. Ich will es nicht dafürziehen... Oh, das ist alles. Deine Job! Was. Deine Job! Rena! Beide恒! Ich bin. Wonä! Ich bin. You plafizinde? fliegt da durch, ja und schlägt da ein, ja, das ist okay was zur Hölle, ey mein Problem ist, ich kann hier keinen Ankerpunkt setzen, um schnell mich zu porten wo waren jetzt nochmal das kann ich wahrscheinlich auch nicht banishen, oder? nö ok, ich entzünde jetzt erstmal alle Kohlepfannen neu oh, das macht gar nichts mehr hier das bleibt zu, warum bleibt das zu? ok hm 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 hm